Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Vorstellung unseres ersten Webseminars zu Video Deluxe und Video Pro X. Am 9. November um 20 Uhr. Dieses Format wollen wir zukünftig monatlich anbieten und dafür freuen wir uns, wenn Sie uns Ihre Wünsche und Anregungen für Themen schicken. Und wie funktioniert das Ganze jetzt? Sie suchen sich Ihr Webseminar über die Seite www.shop-filmbearbeitung.de im Reiter Neu Webseminare aus. Wenn Sie noch keine Erfahrung mit Zoom-Meeting haben, scrollen Sie nach unten. Dort finden Sie ein Video, das die Teilnahme am Webseminar über Zoom erklärt. Am Tag des Webseminars loggen Sie sich mit dem Link, den wir Ihnen per Mail zuschicken, ein. Der große Vorteil des Webseminars, Sie können während und nachher im Chat Fragen stellen und Anregungen geben. Die folgenden Themen erwarten uns im ersten Magix Webseminar. Wie organisiere ich meinen Rechner rund um die Videobearbeitung? Arbeiten im Arranger mit verschiedenen Maus-Modus-Optionen. Trennlinien für alle möglichen Anwendungen. Einfach zu erstellen und zu animieren. Wir zeigen Ihnen unsere Alpha-Maske Light und schließen das Webseminar mit zwei Lektionen zu Hochkant-Videos. Jetzt freuen wir uns auf Ihre Teilnahme und können es kaum erwarten, loszulegen. Wir sehen uns auf jeden Fall. 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 Untertitelung des ZDF, 2020